Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut. Wir treffen uns heute um die sieben besten Kühlschränke zu entdecken, die auf Amazon erhältlich sind. Aber vergesst nicht euch anzumelden und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Entdecken wir die sieben besten Kühlschränke auf Amazon. Mit einer Breite von 54 cm ist dieser Kühlschrank für die meisten Platzverhältnisse geeignet und lässt sich auch in einem kleinen Raum leicht installieren. Er ist mit der Nano-Frost-Technologie ausgestattet, die Verdunstungskerniele umfasst, die um die Wände des Gefreefrachs verlaufen. Dadurch wird die Reifbildung stark verlangsamt und die Notwendigkeit des Abtauerns verringert. Dank der Türöffnung ohne Überstand könnt ihr diesen Kühlschrank an einer Wand aufstellen ohne dass die Türöffnung verdeckt wird. Die Einlegebögen aus Sicherheitsglas sind äußerst pflegeleicht und tragen dazu bei, dass die Lebensmittel länger frisch bleiben, da sie die Kälte absorbieren. Glas trägt auch dazu bei, dass euer Kühlschrank hygienischer bleibt. Die Adapt-Lift-Regalböden sind extrem haltbar und dank eines Lift-Systems leicht in der Höhe verstellbar. Und dank der internen LED-Beleuchtung habt ihr eine perfekte Beleuchtung ohne Reflektionen, die das Innere des Kühlschranks aufheizen könnten. Der INDE-SIT-Kühlschrank ist ein schlichtes, aber elegantes Gerät. Dank seiner geringen Abmessungen passt er in jede Küche selbst in die kleinste. Bei den verwendeten Materialien setzt das Unternehmen hauptsächlich auf thermoplastische Kunststoffe. Es hat den doppelten Vorteil, dass es die Temperaturen im Inneren perfekt hält, ohne die Außentemperaturen hereinzulassen. Was diesen Kühlschrank so interessant macht, ist das besonders großzügige Volumen, das er bieten kann. Mit seinen 322 Litern ist er einer der besten seiner Klasse. Insgesamt stehen euch fünf höhenverstellbare Einlegebögen, ein großzügiges Gemüsefach und vier Türablagen zur Verfügung. Mit einem Geräuschpegel von 40 Dezibel ist der Kühlschrank extrem leise, so dass ihr eure Mahlzeiten ohne ständige Hintergrundgeräusche genießen könnt. Dieser Kühlschrank bietet eine statische Kühlung, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlschrank gewährleistet. Während dies für einen ein Vorteil ist, kann es für die anderen auch ein Nachteil sein. Der Side-by-Side von Liebherr ist einer der besten Kühlschränke, die auf Amazon angeboten werden. Mit einem Gesamtvolumen von 650 Litern, davon 277 Liter Gefrierraum, ist der Side-by-Side ein außergewöhnlicher und gut durchdachter Kühlschrank für große Familien. Zunächst einmal hat es Bio-Fresh-Subladen. Sie garantieren ein perfektes Klima für langanhaltende Frische und halten eure Lebensmittel bei einer Temperatur von knapp über 0 Grad. Dank dieser Technologie behalten eure Lebensmittel ihre Nährstoffe, ihren Geschmack und ihr Aussehen bis zu dreimal länger. Der Kühlschrank ist mit der Blue-Performance-Technologie ausgestattet, die für leisen Betrieb und Platzersparnis sorgt. Dadurch wird die Leistung erheblich verbessert, während gleichzeitig ein größeres Nutzvolumen und ein geringerer Energieverbrauch erhalten bleibt. Durch die Vermeidung von Frostbildung bietet No-Frost Kühlung in professioneller Qualität. Dank eines integrierten Lüfters wird der Gefrierprozess beschleunigt. Die Lebensmittel werden schnell bis zum Kern gefroren und behalten ihre Nährstoffe und ihren Geschmack. Darüber hinaus sorgt das leistungsstarke Power-Cooling-System für eine schnelle Abkühlung der gerade in das Gerät eingebrachten Lebensmittel und gewährleistet eine gleichmäßige und konstante Temperatur sowie eine gute Feuchtigkeitsverteilung. Der in den Ventilator integrierte Fresh Air Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft im Inneren und neutralisiert schlechte Gerüche. Schließlich gibt es ein Bedienfeld, mit dem ihr die Temperaturregelung im Inneren des Kühlschranks steuern könnt und einen Sabbat-Modus, mit dem ihr den Kühlschrank öffnen könnt, ohne das Licht einzuschalten. Der Electrolux Kühlschrank ist etwas ganz Besonderes, aber er kann frei in jedem Raum des Hauses aufgestellt werden, ohne eingebaut zu werden. So kann die Wärme nach hinten und oben entweichen. Die Öffnung der Doppeltür des großen Kühlschranks bietet einen Panoramablick und eine gute Sicht auf die im Kühlschrank enthaltenen Lebensmittel. Die Fresh Zone bewahrt den Geschmack, die Textur und die Frische der Lebensmittel. Die Fresh Zone besteht aus einer Schale, die es euch ermöglicht, die richtige Temperatur für die Aufbewahrung eurer Lebensmittel zu wählen. 0, 3 oder 5 Grad. Mit den präzisen Touchtasten lässt sich die Temperatur schnell und einfach einstellen. Das LCD-Display ist leicht ablesbar und verleiht dem Ganzen einen zusätzlichen Touch von Raffinesse. Die Antikratzbeschichtung verleiht ihm ein glänzendes Aussehen. So bleiben die Edelstahltüren sauber. Dank der Frost-Free-Technologie müsst ihr euren Kühlschrank nicht mehr regelmäßig abtauen. Dies verhindert die Reifbildung im Gefrierschrank und taut ihn automatisch ohne menschliches Zutun ab. Mit einem Gewicht von 120 Kilo macht es keinen Spaß, dieses große Baby regelmäßig zu bewegen. Dank seiner großartigen Abmessungen kann er jedoch ein Nettovolumen von 536 Litern aufnehmen, davon 119 im Gefrierfach. Schließlich ist er mit einem Frischwasserspender mit einem Fassungsvermögen von etwa 4 Litern und einem Eierhalter für 14 Stück ausgestattet. Um Platz und Zugriff zu optimieren, kann das auf Fächern und Regalen basierende Aufbewahrungssystem vollständig an eure Bedürfnisse angepasst werden. Mit einem Fassungsvermögen von 559 Litern ist der amerikanische Kühlschrank von Schick in der Lage, eine große Menge an Lebensmitteln zu lagern. Sein Innenraum ist in zwei Fächer mit 336 Litern bzw. 203 Litern Gefrieraum unterteilt. Jedes ist mit 4 Glasböden ausgestattet, die ihr nach Belieben anordnen könnt, um sie optimal zu nutzen, sowie mit zwei Schubladen. Darüber hinaus verfügen beide Türen über 7 Einlegeböden, damit ihr mehr Lebensmittel unterbringen könnt. Um eine gute Konservierung zu gewährleisten, nutzt der Kühlschrank die No-Frost-Technologie, die eine Kälteerzeugung ohne Frostbildung garantiert. Außerdem sorgt ein Multi-Air-Flow-System für eine gleichmäßige Luftzirkulation, um große Temperaturunterschiede in den Fächern zu vermeiden. Ihr könnt die Temperatur genau einstellen, um die beste Leistung für eure Speisen zu erzielen. Die Einstellung erfolgt über einen Touchscreen an der Kühlschranktür. Der Kühlschrank ist vollkommen geräuschlos und garantiert einen angemessenen Energieverbrauch dank der Inverter-Technologie, die eine Energieklasse von A++ garantiert. Schließlich bietet der Schick-Kühlschrank einen intelligenten Modus, einen Wasserspender mit einem 5,5 Liter Tank und eine LED-Beleuchtung für jedes Fach. Der amerikanische Kühlschrank von LG hat ein elegantes Design mit viel Stauraum und einem großen Fassungsvermögen, das perfekt für große Familien ist. Es wurde mit dem Ziel gebaut, so robust wie möglich zu sein. Und um dies zu erreichen, hat LG nur die hochwertigsten Materialien verwendet, einschließlich hochwertiger Thermoplaste, die mehrere Vorteile bieten. Zunächst einmal ist die Temperatur im Inneren des Geräts immer sehr stabil, sodass die Lebensmittel unter den bestmöglichen Bedingungen gelagert werden können. Thermoplastische Kunststoffe haben aber auch den Vorteil, dass sie unempfindlich gegenüber Außentemperaturen sind und somit die Frische eurer Lebensmittel nicht beeinträchtigen. Die Struktur besteht aus rostfreiem Stahl, der über viele Jahre hinweg keine Falten wirft. Da es sich um ein relativ großes Produkt handelt, müsst ihr darauf achten, dass die Abmessungen eurer Küche dem Produkt entsprechen. Das Kühlteil hat ein Nettovolumen von 405 Litern, während das Gefrierteil ein Nutzvolumen von 196 Litern hat. Um außergewöhnliche Konservierungsbedingungen zu gewährleisten, ist es mit einem belüfteten Kühlsystem ausgestattet. Im Inneren bleibt die Temperatur bis auf ein Zehntelgrad gleich. Darüber hinaus begrenzt die No-Frost-Technologie der Marke den Anstieg eurer Stromrechnung, indem sie die Frostbildung drastisch einschränkt. Im Kühlteil werden die frischen Produkte dank der magischen Einlegebögen ebenfalls vor Feuchtigkeit geschützt. Diese zeichnen sich durch ihre wabenförmige Struktur aus. Die Wabenstruktur fängt die Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln auf und verteilt sie im Kühlschrank weiter. Die Fresh Zone ist für die Aufbewahrung von rohen Lebensmitteln wie Fleisch und Fisch gedacht. Die an der Vorderseite angebrachten LED-Leuchten beleuchten schließlich alle Regale. Perfekt! Mit seiner vollständig grauen Farbe ist der amerikanische Kühlschrank von Hotpoint ein relativ elegantes Modell, das dennoch seine Schlichtheit bewahrt. Die Marke hat sich für die Verwendung von Thermoplast und Edelstahl für das Design dieses Geräts entschieden. Und sie geben dem Kühlschrank einen sehr hohen Widerstandswert. Der Hotpoint Kühlschrank ist kompakter als der Durchschnitt und passt besser in eure Küche als die meisten seiner Konkurrenten. Der 292 Liter Kühlschrank ist unterteilt in zwei Ablagen, zwei Gemüsefächer, ein Frischhaltefach und sechs Ablagen. Der Gefrierschrank hat ein Volumen von 110 Litern und ist in zwei separate große Fächer unterteilt. Die Türen dieses Kühlschranks wurden mit Silberionen behandelt, was die mögliche Vermehrung von Bakterien einschränkt und euch zusätzliche Hygienegarantien bietet. Die große Stärke dieses Kühlschrank ist schließlich, dass er mit einer Umluftkühlung ausgestattet ist, die zwar etwas mehr verbraucht, aber eine außergewöhnliche Temperaturstabilität gewährleistet. Und das war's schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, zögert nicht es zu liken. Bevor ihr geht, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder zur neuen Hightech-Entdeckung. Passt auf euch auf und bis bald. Auf Wiedersehen.